Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Road2Globe Unboxings. So, ich habe am Sonntag eine Road2Knife Unboxing Episode rausgehauen, 2.0, weil ich mir ja der Meinung war, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich Knife ziehen werde, als dass ich mal Handschuhe ziehe, weil es ist jetzt die 251. Kiste und nicht mal die geht auf, ne, gleich bloß gehen, alles easy, alles nice. Und habe aber da jetzt, sage ich mal, eigentlich auch nur Bullshit gezogen. Jo. So, das wollte ich gerade irgendwas sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Äh, ich hasse das. Egal. Das einzige, was es noch, was mir jetzt gerade einfällt, jo. Ähm, als giveaway läuft ja noch, für die, die das letzte Video nicht gesehen haben, von Road2Globe Unboxing. Ähm, gibt es ein giveaway 3 MP7 Bloodsports gehen raus an euch. Könnt ihr euch reinziehen, wer es noch nicht gemacht hat. Ich finde die Moon Race ist aber eigentlich eine sehr nice clock. Ich spiele die irgendwie gern. Schade, dass das nur ein Purple Skin ist. Wenn das nur ein Red Skin wäre, wäre der sick. So. Und ich hoffe, dass die dann mal eine neue Kiste rausbringen, wo Handschuhe drin sind, weil es immer, es gibt im Prinzip jetzt nur zwei Kisten, die man aufheben kann. Es gibt ja noch die Hydra Kiste, aber die kostet zwei Euro das Stück. Das kann man auf Dauer nicht aufhebeln. Und ich werde es auch in Zukunft halt immer so machen, dass ich, ähm, mich jetzt abwechseln werde zwischen Road2Globe Unboxing und Road2Knife Unboxing 2.0. Und werde bei den Road2Knife einen extraen Counter starten, damit ich dann einfach sehen kann, okay, da habe ich jetzt dann wieder so und so viele Kisten gebraucht und für die Handschuhe habe ich dann so und so viele Kisten gebraucht. Falls ich ihn irgendwann mal Handschuhe ziehe. Weil es sind ja, wie gesagt, schon über 250 Kisten. 256 glaube ich jetzt. Das macht keinen Spaß mehr. Wenn man sich dann mal ausrechnet, was man da schon ausgegeben hat für die Keys und die Kisten. Und welche Handschuhe, wenn man sich da jetzt über dieses Geld schon kaufen könnte. Ist etwas bitter. Aber that's the life, ne? Die USB wird jetzt auch schon nice gewesen ins Dead Track. Hätte ich mich auch drüber gefreut. Ich bin jetzt, ähm, vorrotieren. Also, am Sonntag. Ich vorrotieren halt nicht mehr am Samstag oder Sonntag. Und habe jetzt sozusagen die Road2Knife Unboxing, die 10 Kisten habe ich jetzt vorhin jetzt aufgehebelt und nach dem, was ich da ziehe, also da gezogen habe, nach dem, was ich jetzt hier ziehe. Ähm, ja. LOL. Man, man, man kann es ja sehen. Es besteht nur aus Blue und Purple. Irgendwie geht da nichts mehr. Als hätte Game einfach mal die Drop Rate geändert, als die veröffentlicht wurde. Weil da hat es ja mal eine Liste gegeben, beziehungsweise da hat ja ein YouTuber, glaube ich, da jede Kiste mitgeschrieben, was er da gezogen hat. Und hat da, glaube ich, 10 oder 1000, oder waren es 10.000 Kisten aufgehebelt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren das viele. Und da hat es sich halt sozusagen eine Tabelle gemacht, wo man dann halt sagen konnte, okay, die Wahrscheinlichkeit, einen Red Skin zu ziehen, liegt bei so und so. Nein, Pink Skin liegt bei so und so. Und Neif liegt bei so und so viel. Und als das dann halt irgendwie rauskam, ging, ist meiner Meinung nach, die Drop Rate von allen Skins irgendwie runter. Und jetzt sieht man nur noch Bullshit. Oder ist das nur bei mir so? Oh weh. Ja gut, dann war es das dann auch wieder mit dem Video. Wie gesagt, das GW läuft noch. Schaut einfach bei der letzten Roll-to-Glove-Unboxing-Folge vorbei. Und über den Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und über ein Abo auch. Kennt ihr das Prozederein? Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt. Und dann sage ich auch nur noch Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Euer Alex. Euer Alex.